und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Left 4 Dead 2 hier im Korbmodus 93.0 und Choco Poker sind wieder da und diesmal werde ich mich ein bisschen zurückhalten hier du möchtest ja auch mal zu Wort kommen hast du gesagt ja dafür muss du brauchst mich nicht zu schlagen dafür können wir loslegen können wir loslegen können wir das schaffen ja das schaffen wir okay gut weiter geht's ich aufpassen hier besser aufpassen an Molotow Molotow okay ich liebe es wie sie einfach durch die Lüfte fliegen meine Augen Hochschule Tribüne du bist wohl und du bist unser Paarum Pyromane nur Prozent 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 und vielleicht ja gehen einfach gerne Kugel in den Kopf schweizend das ist mein Naja Naja Sniper und das Sniper ohne Sniper geschützt ja genau gut die die Rolltreppe hoch wir müssen leider selbst laufen die ist die Rolltreppe hoch Kumpel Hör auf wie bitte die 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 wir müssen leider selbst laufen ja gut wo geht's denn weiter Achtung Zombie und Zombie und Dreifachzombie zum Ort das passt ja in meinen Augen bist du ja ein Scout dass der eine Großbeschläge hat das passt perfekt die Mannequins sind verdammten Mannequins also siehst du wie bald ein Bottet aus mit dieser mit dem Scout für mich sieht Alice aus wie ein Scout ja und hat auch so welche so sieht auch so ein bisschen animiert aus äh animiert nicht also es ist sie zuhause wie bei Team Fortress 2 weil die Läden von von Läden von der 2-Titel nicht so realistisch aus naja das so das ist halt ein Mod so realistisch wie man den gestalten kann als eine Charger ich denke immer an Charger außer wie der eine aus Star Wars aber ich weiß es ist Charger wie er voran er stimmt voran der Charger ich glaube eh unten ist sie jetzt ja unten wir springten da liebst du nicht diesen Geruch von toten Zombies am Morgen ach doch oh ja besser als frischgebackene Muffins ja wer schocken 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 alter ich mag die Schocken 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 kann man wollen bern hä nicht vom nicht weg und die nebenher befreundet so ein kennt wie wie befreundet dass wir die sehen bei Älter hälfte D das war's nicht gut zu dem Spiel weichentwillig fernst das ist das hier M Kappels New family stetschenspick family savings und der junge sich doch total froh aus hier ja die sie der aus es würde nicht hier da sein wollen noch mal so mit meinem Muttern auch ein Konzentrum Alter, mach dir erstmal hier einen Kopfstand hier. Hey, man kann Zombies neue Kunststücke beibringen. Gut zu wissen. Die laufen sehr gelenkig. Sehr gelenkig, mhm. Ja, in der letzten Part, da sind die auf Zähne geklettert und sind so auf diese Kante statt. Die sind auf die Kante gegangen. Auf die Kante. Das sah echt geil aus. Ich glaube, da ist gerade... Hm, Wackelpudding. In den Schritt rein. Keine Zombie-Babys für dich. Ja, Wackelpudding. Man muss den einfach in den Schritt schießen, dann gibt es keine Zombie-Babys. Ähm, hier lang, glaube ich. Durch die Tür. Ja, genau, genau. Guck, guck, jemand da. Hallo. Ja, da kommt eine Witch. Oh, Mannequins. Ich glaube, dass... Ein Hunter, ja, ist schon tot. Ist schon tot. Der hat uns gesehen und sagt sich, nope, damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Keine Sorge, ich mach den Weg frei. Oh, ich glaub, hier geht's nicht mehr einfach. Manchmal vergesst du die Karten von... Oh, ich hör was schon... Ih! Ah, ah, dankeschön. Ich hab mich grad schon wieder erschreckt. Da steht einer. Da stand einer. Aber das hier ist am gruseligsten, hier, wo es ganz, ganz dunkel ist. Auf der Toilette findet man einen Molotow-Cocktail. Äh, mein Güter, da war eine Frau auf der Männertoilette. Die hat sich verfehlt. Oh, 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 oh. Schadra, Schadra in der Toilette, Schadra in der Toilette, also hier ist die Kacke am Dampfen. Huiuiui, das war, das war knapp. Du hast mich mit mir in der Toilette, ich weiß, was ist die Leute. Okay, ich glaub, ich geh mal weiter. Hey, hier ist deine Fallbomb, wenn du die... Wo bist du, wo bist du? Witch, wo? Und du an der Toilette bist. Oder? Witch, wo? Nein, wieso? Warte, komm, 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 komm. Witch ist tot, Witch ist tot. Ich habe die Witch ganz alleine getötet. Komm, 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 ich brauch ein Medikid. Warte, ich schau dich, ich schau dich, ich schau dich, ich schau dich, ich schau dich. Ich hab dich auch schon, aber danke. Ja, ja, kleiner Muttermacher. Komm, warte, ich hab mich gar nicht geheilt. Weißt du, ich bin mir gegeben? Ah, du hast du, du bist auch im Roten Bereich, du brauchst du, du brauchst eine, erste hier. Ach so stimmt. Ja, du musst ja auch mal verhindern. Warte, ich zeig dir die Pfeifen auch gleich. Oh, da, meh. Was? Komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Boomer. Boomer, da war ein Boomer. Boomer, wo, komm, komm, komm. Hier lang, hier lang, hier lang. Warte, 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 ich folge dir. Komm, Hinten, komm. Ja, nein, bitte nicht. Ich mag das nicht Hund genannt zu werden. Ja, das mag ich nicht. Echt, echt jetzt. Wer hustet denn da? Bronchiert ist. Was ist das? Was ist das? Pimpbomb. Oh, Pimpbomb, okay. Wenn du sie wirst, dann, dann... Ach, dann lock ich die, dann lock ich die, glaube ich, an, oder? Ja, die, die Pimpbomb macht die ganze so... Ja, und das lockt die dann auch. Okay, merke ich mir, danke. Alter, so viele Zombies, die wir schon getötet haben, da können noch nicht mehr viele übrig sein. Alter, ich habe mich erstreckt. Smoker, da bin ich erstreckt. Laucherlunge, äh, Laucherrunge. Raucherlunge meine ich natürlich. Okay, ich... Nein, das sind Pillen, das sind Pillen. Nimm dir Pillen, lecker Smarties. Okay, Smarties. Alter, hör auf, mich zu schlagen. Was habe ich dir getan? Achso, das war ein... Ah, Giraffen, Elefanten. Töte, Töte, Töte. Töte, Töte. Töte, Töte. Töte, Töte. Und das bleibt man nicht, aber ich habe mich ganz, ganz mit. Man kann... mehr, mehr mal schießen. Achso, ich muss nicht. Achso, ich muss nicht. Achso, ich muss nicht. Achso, ich muss nicht. Ist echt praktisch zu schlagen, dabei nachzuladen. Oh, ich bin nicht, ich bin nicht mal Monococ. Fass auf. hat und da muss auch sagen muss man auch sagen wohin oder den Führer dann wird das kann ich nichts deine Mutter ne ich glaube nicht was meinst du dass ich dir alles sagen muss also ich sage das ist genauso wie beim wenn du einen Baum fällst dann muss ich sagen Timber damit du weiterfällst und ich mache und wir reden hier wir reden hier auch nicht so was bitte ist dann ist überhaupt sonst morgen kein gutes Wetter sondern es geht ja darum dass du hier mit nerf mit einer Feuerwehr Molotow Cocktail geworfen hast und wenn ich weiß bei Kornburg Arzt und ich bin ich bald wenige von diesem Teil ich wollte gern mal machen Biemann wechseln sie mit der Lauf ja Mordkirchen das war weniger nebenan ich war ich auch noch bin ich habe einen 70 los das ist gut in der Bühne und auch Jockey wo ist ein Jockey RR ich stütze mich in die Freie wäre glaube ich nicht so gut hier und ich habe noch dein Leben was ist mir was ist mir was mit meinem Leben ah ich bin tot 3 du bist du in einem und dann nicht vollständig wo bist du ich hätte dich wenn ich bin schon ich bin schon auch schon mal ein ich muss nur gehalten werden oder amal der an der Stiftung du bist so gut wie Tode und ich kann nicht heilen ich habe kein MediPack oder so ich habe ich bin schon ich werde schon von Korn gut und Coach Dankeschön das hätte ich nur nicht getan was ist das wieso denn folgen äh wo geht es denn weiter oh fast cash verdammt ist das langsam Alter hier schon wieder Zombies lass ihn los geht es hier weiter nö hier ist nichts offen wo geht es denn hier weiter warte los weiter hier oder ne soll nicht Vorsicht ich habe die Map Toastmark gespielt aber ich hätte es vergessen ah ne nach oben nach oben obere Etage können wir dann Aufzug nehmen schön im Aufzug Musik ok deaktivieren sie die Alarm los Spitter da hinten ist ein Spitter Achtung los weiter da hinten war ein Spitter ja hier war ne da ist er noch ein paar Leiter und aus Wackelpudding der Wackelpudding des Todes ja ein Römer Wackelpudding Vorsicht der ist zu würzig wo müssen wir weiter ah er tut weh er tut er ist so süß aber er tut so weh so geiler Spruch da geht dann wird wo auch das war der Grund das war der Korte Koffer hat mich gegründet als Gronkh und der Spitter Antwerp Antwerp Alta das ist nicht so schön in der in dem Klipperzeugen Jagd zu werden das wurde dort ist wie das Trend für die Schacht das ist das Problem bettet ob die Alarmo schalten Puh, na endlich Munition, alles klar Komm, wir geben mir hier die Tür Oh, oh, Splitter Smauka Ah, wo, wo, Hilfe, Hilfe, Hilfe Komm, 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 komm Das ist nicht, du willst nicht, dass das Letzte, was du siehst eine auf dich zu schneide Zunge ist das ist nicht so betätlich Oh, 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 okay, gut Ich glaube, im wahren Leben, wenn ich damit Waffen hantieren müsste, würde ich auch so Doppelknar nehmen, von hinten, da kommen noch weil, da kann man einfach schneller schießen, wo bist du? Oh, Jürgen Ich denke, wir haben dein Name und sagen mir, wow, was für einen geilen Namen Hä, was, wie, wie meinst du? Oh, du sagst Ah, äh, Schocki, Schocki, runter, 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 runter Was meintest du? Ach, dein Name ist echt cool Danke Das ist, das ist eine Mischung aus meinem, aus meinem Vor- und Nachnamen und mein Geburtsdatum und mein Geburtsdatum Und dein Geburtsdatum Genau, mein Geburtsdatum Genau, mein Geburtsdatum Wow, cool Und der ist jetzt für dieses Jahr, also Oh, jetzt, äh, das ist jetzt 13 Jahre Ah, zack, zack Na, ah, äh, Hilfe, Zunge, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, Hilfe Ciao Hat jemand fällt ein Medi-Kid für mich Ich gehst langsam auf dem letzten Zahnflasch Ich lade nach Wo bei mir rucke, äh, rumkältest gerade ich finde ich merke es bei dir was anderes auch nie was uns sagt nun ich liebe was ich liebe es aber ein Zorn ist ganz ganz nah zu gehen wenn sie auch nicht zu kommen und in sich die Baller damit zu klären einfach wegfliegt das ist ein schönes Gefühl hinten steht einer dann müssen wir nicht Schussraum ich habe den Bomber von Bumer von ganz weit hinten erwischt und die das Laubach und die Stimme der Haus da wo du jetzt da wo du stand da wo du grad bist nicht hier zu machen nicht da wo du grad bist da war da waren das so es gibt doch noch ein Level okay so ist er nicht mehr zu machen ab und zu machen oh man ich brauche ein Medikid 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 halte ich zu Prozent ich bin auch ein paar danach werden wir aber wieder im Part dann war ich wieder zu voreilig okay wir kommen keine Gäste mehr alles klar wir sind sicher fürs erste Infektiv Eingangshalle gut ich denke der nächste der nächste Level ist glaube ich der letzte Level von der Kampagne oder 1059 Alleingang Witch erledigt na gut es ist auch auf leicht aber trotzdem ich bilde mir was drauf ein oh yeah auch kommt schon soll ich wieder dir ein Liedchen singen this is loading song which isn't very long choo wo that is my name back not to the game please ach jetzt jetzt erst wenn ich das laden das singen anfange pass jetzt warte jetzt geht schon wieder weiter hier wunderbar wunderbar gut meine Damen und Herren hier beenden wir wieder den Part ich war wieder zu freulich der nächste Part wird wahrscheinlich das Finale sein ich hoffe es doch sonst bin ich hier fühle ich mich total blöd also weil sie in der Part gefallen hat lassen sie uns bitte wissen Choco Poker und 93 Jovo bedanken uns fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2 du noch letzte Worte tschüss und danke fürs Zuschauen leicht abonnieren liken und kommentieren hey hey wir wollen ja jetzt ja nicht hier hier betteln hier mit Likes wenn die liken wollen dann wie gesagt dann können sie es uns wissen lassen ansonsten ist ihre Entscheidung dieses Entertainment Kanal hier das ist jetzt nicht irgendwie hier Kino was so was habe ich dir gezeigt hier Doppelknaren hier ok also Tschüssikowski Doppelknaren hier Doppelknaren hier Doppelknaren hier Doppelknaren hier